Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk Daily Folge, heute am Donnerstag, dem 25. Oktober 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 489 und ich habe heute euch die folgenden Themen mitgebracht. Windows Hello, Digitaltag, To-Do, Stiftung Warentest, Macs und Telegram. Ja, ich war heute an einem Event. Genauer gesagt war das gestern. Ein wirklich coolen Event, Hashtag Connecta Bern, wer sich darüber informieren möchte. Ansonsten auf Twitter nach dem Ad Pogipsi suchen, da habe ich gestern einige Tweets dazu losgelassen. Ganz spannende und interessante Keynotes und Workshops, die wir da besuchen durften, rein zum Thema Fintech, E-Commerce etc. Spannende Ansätze, spannende Einblicke und alles Mögliche und vor allem ein ganz geil organisiertes Event, muss ich sagen. Ein riesengroßes Kompliment an die Organisatoren und natürlich auch die Sponsoren, die das Ganze möglich gemacht haben. Da werde ich auf jeden Fall, wenn es klappt, auch im nächsten Jahr wieder mit dabei sein, weil wie gesagt, da habe ich einiges Schönes mitnehmen können. Vielleicht werde ich in der Geek Talk News Folge ein bisschen darüber berichten. Aber kommen wir jetzt zu den versprochenen Themen. In der anderen Seite, genau, auf der anderen Seite der Welt, genauer gesagt in Australien. Bei der National Australian Bank hat Microsoft in Zusammenarbeit eben mit dieser Bank einen neuen Geldautomaten entwickelt. Entwickelt ist ein bisschen zu viel gesagt, das Ganze ist ein Prototyp und wird aktuell einfach mal getestet. Da schiebt man keine Chipkarte mehr rein, also keine Bankkarte mehr rein oder was sonst irgendwie, Identifikationsmöglichkeit, um zu sagen, dass das mein Konto ist, von vorn man Geld abheben möchte oder was man so an einem Automaten tut. Nee, da läuft jetzt Windows 10 drauf und ihr habt eine Identifikationsmöglichkeit via Windows Hello. Heisst einmal freundlich in die Kamera lachen, das Gesicht wird abgesennt und schon wird erkannt, wer da ist und dann wird dessen Inhalt vom Konto und die ganzen anderen Dienstleistungen angeboten. Klingt alles spannend. Dürfen wir mal schauen, wie sicher das Ganze ist. Und logischerweise, ja, wenn der PIN dann irgendwann in der Cloud steht, hoffen wir doch, dass der PIN auch gut geschützt ist. Der PIN ist in diesem Fall das Gesicht, aber Microsoft ist da sicherlich bedacht und auch sehr versiert in dem ganzen Thema drin. Wir dürfen gespannt sein, wie das weitergeht an der Stelle. Heute ist er wieder da, der Digitaltag, genauer gesagt, der Schweizer Digitaltag gibt es jetzt zum zweiten Mal, glaube ich, ja, in diesem Jahr. Und ihr habt die Möglichkeit an verschiedenen Standorten, das ist in Chur, in Münchenstein, in St. Gallen, in Sitten, in Waduz etc., in Bern und so weiter. Das könnt ihr nachlesen auf tele.geektalk.ch. Da haben wir in den Shownotes zur aktuellen Folge einen Link verbaut, wo ihr eben sehen könnt, wo Aktivitäten stattfinden. Die Hauptsponsoren von dem Ganzen sind übrigens Google, Rinje, SBB, SRG, die Swisscom und 70 weitere Partner aus der Wirtschaft. Wer das Ganze nicht vor Ort verfolgen kann, zumindest zu dem, was in Zürich passiert, gibt es einen Livestream. Insgesamt elf Stunden am Stück soll der Livestream laufen. Somit kann man doch ein bisschen was mitnehmen. Nein, ich werde da leider nicht reinschauen können. Ich bin den ganzen Tag unterwegs, aber ich werde mir das sicherlich über Twitter verfolgen, was da alles so läuft. Dann gehen wir nochmals zurück zu Microsoft. Die haben ein neues Update für die To-Do-App von ihnen selber rausgegeben, aber nur auf der Android-Plattform. Da hat man jetzt endlich die geplanten Tasks, die man so hat, als Liste, die man zum Angesicht bekommt, wie die wichtig und so weiter. Also ein kleines Update, aber ein sehr nützliches Update. Und eben unter Android kann man jetzt nicht nur ein, sondern auch mehrere Widgets parallel laufen lassen und somit eben vielleicht verschiedene der Listen anzeigen oder wie man das dann auch immer möchte. Die Stiftung Warentest, das ist etwa, hier in der Schweiz würde man das der Konsum, was ist das, K-Tip und ähnliches. Und Österreich weiss ich gar nicht, wie das heisst. Vielleicht können das die Hörer mal mitteilen. Ja, die haben Bluetooth-Devices getestet. Genauer gesagt, Kopfhörer, On-Ear, In-Ear und Over-Ear. Und bei den In-Ear hat ein Produkt im Bereich Preis-Leistung mit Top abgeschlossen, wo andere nur mit einem Benfriedigend abgeschlossen haben. Und das sind die Apple AirPods. Wer solche besitzt, darf sich glücklich schätzen. Leider ist das Ganze hinter einer Paywall quasi. Da konnte ich nicht ganz reinlesen, welche Geräte was genau bekommen haben. Aber vielleicht sieht man das ja irgendwo. Ich muss gar mal ein bisschen mehr und genauer recherchieren. Vielleicht finde ich auf irgendwelcher Seite dann auch die ganzen Informationen. Nächste Woche am Dienstag soll es ja soweit sein. Da findet das Apple-Event, das nächste Apple-Event statt in New York. Nicht zu Hause bei Apple, also Cupertino. Und da zeigen sie unter anderem die neuen iPads. Der Fokus soll auf dem liegen, die neuen iPad Pro etc. Und jetzt, wie man von der französischen Seite Konso Mac weiss, werden sicherlich auch neue Mac-Modelle vorgestellt. Es waren sechs mobile und acht stationäre Geräte. Da sind natürlich auch unterschiedliche Modellversionen mit dabei. Was man ziemlich sicher soweit sehen wird, wird etwas im Bereich MacBook Air Nachfolger. Und die Hoffnung bleibt natürlich auch der Mac-Mini. Für beides würde ich mich mal interessieren und bin da gespannt, was sie da so bringen werden. Aber genug der Gerüchte. Ende September kam ja das große neue Telegram-Update. Da haben sich viele darauf gefreut. Viele auch nicht, am Anfang zumindest. Weil immer wenn man komplett was umkrempelt in der App, da gibt es Aufschreie. Und ja, das liegt sich dann mit der Zeit, weil der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Was da aber definitiv unschön war, ist, dass die Apple Watch App weggefallen ist. Und die ist jetzt mit der 5013, geht in den App Store und ladet die runter, wieder zurückgekommen. Also all diejenigen, die sie vermisst haben, sie ist wieder da. Erfreut euch an der Apple Watch App dazu. In diesem Sinne, das waren es, die Neuigkeiten, die ich heute für euch bereit hatte. Ich wünsche euch einen erfolgreichen und einen schönen Tag. Und wenn ihr mögt, morgen könnt ihr mich nochmals mit ein paar neuen Themen zum neuen Tag hören. In diesem Sinne, euch einen schönen Tag. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.